Im heutigen Video lernst du, wie du komplett gebührenfrei Bitcoin kaufen kannst, Ether kaufen kannst und auch viele andere Altcoins kaufen kannst, welche Services ich dafür selbst benutze und vor allem auch, auf was du achten musst. Also lass uns auch direkt rein starten und eine Sache weg. Ich persönlich benutze für all meine Fiat-Nachkäufe immer Binance, weil bei Binance einfach das Handelsvolumen um ein vielfaches größeres wie bei jeder anderen Zentralen Exchange oder die Zentralen Exchange. Und das kannst du auch beispielsweise jederzeit nachschauen, indem du beispielsweise, nehmen wir hier mal Bitcoin, indem du hier auf Markets drauf gehst und dann einfach schaust, auf welchen Zentralen oder die Zentralen Exchanges wird denn momentan am meisten gehandelt. Das siehst du beispielsweise in erster Stelle, BTC mit USDT, 30% vom gesamten Bitcoin-Trading-Volumen läuft hier schon mal über Binance. Dann das zweite Paar, ebenfalls Binance mit BUSD, nochmal 7% oben drauf. Und dann gibt es noch andere Paare hier von Binance, das heißt, wenn man das mal hier kombiniert, wahrscheinlich knapp 40% vom gesamten Trading-Volumen bei Bitcoin läuft alles über Binance und die restlichen 60%, die werden dann aufgeteilt auf verschiedene andere dezentrale Exchanges und Zentrale Exchanges, was eben im Wesentlichen bedeutet, dass du bei Binance in aller Regel einfach einen besseren Preis bekommst, als bei irgendeiner anderen Exchange, insbesondere für größere Nachkäufe. Und ja, ich weiß, über Binance geht es nahezu konstant Watt. Ich persönlich benutze allerdings auch Binance nicht, um meine Kryptowährung zu lagern. Würde ich nie machen auf einer Zentralen Exchanges, sondern dort geht mein FIA drauf. Damit kaufe ich Kryptowährung und danach gehen sie anschließend auf meine Hardware-Wallet. Und genau gleich würde ich es auch dir empfehlen. Also zunächst mal für diejenigen, die Binance davon noch nie benutzt haben. Im ersten Schritt musst du dich natürlich zunächst mal registrieren und danach verifizieren, wie bei jeder anderen Zentralen Exchanges auch. Ich habe dir da auch den Link unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann ist natürlich der nächste Schritt der, dass du zunächst mal deine Fiat-Währung hier auf Binance bringst. Also hier auf Deposit draufklicken, dann kannst du auswählen zwischen Krypto und Fiat. In dem Fall wollen wir Fiat auf Binance bringen. Dann kannst du hier deine Krypto oder beziehungsweise deine Fiat-Währung auswählen, in dem Fall Euro. Dann hast du zwei verschiedene Optionen. Einmal einen Bank-Transfer, der 1 Euro kostet, oder Easy Bank-Transfer für 0,5 Euro. Die restlichen zwei Methoden würde ich persönlich nicht verwenden, weil dort die Gebühren entsprechend prozentual sind. Und ja, diese einmalige Gebühr zwischen 0,5 Euro und 1 Euro, die kannst du leider bei Binance nicht umgehen. Allerdings zeige ich dir im heutigen Video, wie du dann tatsächlich komplett gebührenfrei Bitcoin kaufen kannst, Ether kaufen kannst und sämtliche, oder nicht sämtliche, aber viele Altcoins entsprechend kaufen kannst. Ich persönlich benutze meistens SEPA, aufgrund der Tatsache, dass ich dann einfach über Weiß, das ist mein Bankkonto. Also jeder, der Weiß noch nie davor benutzt hat, wenn man einmal so einen Bankkonto hat, will es nie mehr was anderes benutzen. Da geht einfach jede Transaktion innerhalb von ein paar Sekunden durch. Wie beispielsweise gestern, habe ich um 9.22 Uhr ungefähr 1.400 Euro auf Binance geschickt. Es kam an bei Binance und wurde bestätigt ungefähr um 9.30 Uhr, also ungefähr 8 Minuten, wie das Ganze gedauert hat. Ich würde auch fast behaupten, dass 8 Minuten relativ lange ist, sonst immer geht es gefühlt noch ein bisschen schneller. Aber ja, es ist einfach nahezu instant da, sofort verfügbar und dann kannst du auch direkt starten, dass du da irgendwelche Kryptomagen damit kaufst. Ich habe dir auch den Link zu Weiß entsprechen und verlinkt bei, ja, ich sperre fast in jedem Video als digitalen Nomade von Weiß. Nicht nur für digitalen Nomaden, einfach ein super Bankkonto, sondern auch beispielsweise für Schweizer. Wenn man die ganze Zeit wechseln muss zwischen beispielsweise Schweizer Franken zu Euro, bekommt man einfach die besten Wechselgebühren ever. Anyway, genug von Binance und Weiß vorgeschwärmt. Wenn du dann tatsächlich deine Euro hier auf Binance gebracht hast, dann kannst du hier einfach draufklicken auf Fiat und Spot. Dann wird dir deine Wallet angezeigt und dann siehst du hier dann beispielsweise deine Euro. Und unten drunter siehst du die ganzen Kryptowährungen, falls du derzeit schon irgendwelche Kryptowährungen hältst. So, jetzt um tatsächlich über Binance komplett gebührenfrei Bitcoin und Ether und andere Altcoins einkaufen zu müssen, müssen wir uns zunächst mal hier diese Viehstruktur ein bisschen genauer anschauen, weil da gibt es wichtige Punkte. Und zwar genauer gesagt diesen Punkt hier, diese 0% Maker Fee für alle Paare mit BUSD. Was dieses Maker bedeutet, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, das ist ebenfalls wichtig. Aber was es hier im Prinzip schon mal sagt ist, okay, für alle Tradingpaare, wo wir BUSD handeln, also BUSD mit Bitcoin, BUSD mit Ether, BUSD mit irgendeinem Altcoin, gibt es die Möglichkeit, dass du 0% Gebühren saßt. So, dann lass uns jetzt mal schauen, wie man das in der Praxis tatsächlich umsetzen kann, dass du komplett gebührenfrei Bitcoin, Ether und andere Altcoins nachkaufen kannst. Und zwar gehst du da zunächst in die Übersicht bei Binance, gehst du auf Trade und dann auf Spot, weil wir das sogenannte Spot Trading betreiben und falls du zum allerersten Mal Kryptowährungen kaufst, keine Sorge, du wirst hier komplett überschlagen mit blinkenden Zahlen, mit Charts und so weiter. Den Großteil davon kannst du komplett vernachlässigen. Also keine Sorge, es ging wahrscheinlich jedem so, der zum allerersten Mal Kryptowährungen gekauft hat, der hier zunächst mal komplett überfordert ist. Du brauchst allerdings hier noch ein paar ganz wenige Dinge. Und zwar das Erste, was du brauchst, ist hier oben rechts dieses Suchfeld, dass du da beispielsweise eingibst, hey, wir haben jetzt Euro, wir wollen die umwandeln in BUSD, weil alle BUSD, also den Staybekan BUSD, alle Trading Paare damit gebührenfrei sind. Also gehen wir hier mal zunächst ein EUR, das steht für Euro und BUSD und klicken da dann entsprechend drauf und dann wird dieses Trading Paar entsprechend geöffnet. Und was wir jetzt nur noch brauchen, ist hier auf der linken Seite diese Orderbücher, das sind die ganzen Verkaufsorder und hier die ganzen Kauforder und hier unten rechts, da könntest du jetzt beispielsweise deine Euro verkaufen in BUSD. In der Theorie wird hier direkt der Durchschnittspreis, der derzeit gehandelt wird, wird direkt übernommen. Da könntest du ja einfach diesen Button auf die rechte Seite drücken hier und sagen, 100% von meinen Euro, die ich derzeit in meiner Wallet habe, möchte ich umtauschen in BUSD. Wenn du jetzt allerdings hier drauf klickst, dann ist dein Trade tatsächlich nicht gebührenfrei. Und das kannst du auch jederzeit hier nachschauen bei diesem Fee-Level, was hier angezeigt wird. Wenn du da mal drauf klickst, dann wird dir angezeigt, hey, wir haben derzeit hier beim Traden, bei diesem Paar haben wir eine Taker-Gebühr von 0,1% und eine Maker-Gebühr von 0%. Wir wollen das Ganze ja als Maker machen und 0% zahlen. Jetzt, wie macht man das oder was ist da der Unterschied? Ganz einfach erklärt, Maker ist immer der, der eine Order setzt und Taker ist immer der, der eine Order entsprechend füllt. So, jetzt könnte man an der Stelle ja behaupten, ja, wir sind ja hier schon bei einer Limit Order, das heißt, wir tun einen Preis bestimmen und dann sind wir ja automatisch der Maker, weil wir entsprechend die Order stellen. Das ist in der Praxis nicht so, weil wenn du jetzt beispielsweise hier direkt diesen Preis derzeit gehandelt wird, wenn du mit dem tradest, dann geht deine Order sofort durch. Und in dem Moment bist du jemand, der die Order von jemand anders entsprechend füllt. Das heißt, du bist in dem Moment der Taker und du zahlst auch in dem Moment entsprechend Gebühren. Jetzt, warum ist das so, dass man als Maker Gebühren sparen kann im Vergleich zu Taker? Das hat auch einfach einen logischen Hintergrund. Und zwar ist es so, dass in dem Moment, wo du hier eine Order setzt, also in dem Moment, wo deine Order hier irgendwo auftaucht in diesem Orderbuch, ist es so, dass dann Binance mehr Liquidität hat. Das heißt, du unterstützt ja Binance bei ihren Trades und dafür sagen die, hey, dafür hast du auch einfach weniger Gebühren und in dem Fall sogar gar keine Gebühren. Ich persönlich habe auch immer normalerweise das hier aktiviert, dass man noch zusätzlich Gebühren sparen kann, in dem Moment, wo man mit BNB seine Fees zahlt. Das ist auch, by the way, der Hauptgrund, warum ich hier in meiner Binance Wallet immer ein paar BNB rumliegen habe. Derzeit beispielsweise um die 56 Dollar, die ich hier als BNB rumliegen habe. Weil sollte ich dann tatsächlich irgendwann mal aus Versehen der Taker sein, dann kann ich ja trotzdem noch weitere 25% an Gebühren einsparen. Also statt 0,1% zahle ich dann als Taker 0,075% an Gebühren. Aber ich schaue eigentlich immer zu, dass ich hier zu einem Maker gehöre. Das heißt, dass meine Order gesetzt wird und dann irgendjemand anders das Ganze füllt, weil dann ist das Ganze komplett gebührenfrei. Das heißt, lass uns das mal hier in der Praxis umsetzen. Wir haben derzeit hier einen Durchschnittspreis von 1,0658. Also könnten wir hier jetzt beispielsweise 5,9 machen. Dann machen wir mal 6,0. Also eine 60 draus. Sagen dann 100% von unseren Euro, wenn wir untauschen. Sell Euro und jetzt wird deine Order erstellt. Die siehst du auch hier unten aufgelistet. Immer dann, wenn hier unten deine Order aufgelistet ist und nicht sofort wieder verschwindet, immer dann bist du der Maker. Und immer dann sollten deine Gebühren auch 0% sein, sofern du bei den Paaren bist mit BUSD. Und du siehst auch hier auf der linken Seite im Orderbuch mit diesem gelten Punkt, das ist deine eigene Order. Und jetzt müsstest du in dem Fall einfach nur darauf warten, bis irgendwann mal ein Taker kommt und deine Order entsprechend ausfüllt. Es kann einfach ein bisschen dauern. Man weiß nie genau, wie sich das entwickelt. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen Genut mitbringen. Aber immer dann, wenn man nachkauft, sollte es ja auch in aller Regel jetzt nicht was sein, wo man ganz dringend jetzt sofort nachkaufen muss. Weil ich weiß doch, kannst du das Ganze ja einfach sofort als Taker durchführen und nur zahlst du dann eben eine Gebühr von 0,1%. Da ich schon in Vorbereitung für dieses Video ein paar Euro in BUSD umgewandelt habe, wollen wir jetzt nicht warten, bis diese Order hier entsprechend durchgeführt wird oder ausgeführt wird. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass irgendwann ein Taker kam, deine Order ausgeführt hat und du jetzt nur noch BUSD in deiner Bullet hast. So, wenn wir soweit sind, also nur noch BUSD in der Bullet haben, dann ist natürlich der nächste Schritt, dass wir diesen Stablecoin benutzen, um dann beispielsweise Bitcoin nachzukaufen, Ether nachzukaufen oder irgendwelche anderen Altcoins. Starten wir mal hier beispielsweise mit Bitcoin, dass wir oben rechts BTC eingeben und dann wieder das Paar aussuchen mit BUSD, mit dem Stablecoin, dort entsprechend draufklicken, dann wird dieses Trading Paar hier entsprechend geöffnet. Bei Bitcoin gibt es bei Binance eine Besonderheit, insbesondere bei dem Paar mit BUSD und zwar hier bei dem V-Level kannst du das nachschauen, wenn du da draufklickst, du hast eine Taker-Gebühr von 0% und Maker-Gebühr von 0%. Das heißt, in der Theorie kannst du hier sofort einfach auf der linken Seite bei BuyBitcoin, könntest du hier auf die rechte Seite gehen und das Ganze sofort durchführen, sofort, dass deine Order ausgeführt wird. Du würdest dann zum aktuellen Preis hier Bitcoin nachkaufen für derzeit ungefähr 28.000 Dollar und deine Order, selbst wenn die sofort durchgeführt wird, hast du 0% Gebühren in dem Moment, wo du so deine Bitcoins kaufst. Jetzt diese 0% Gebühren bei Bitcoin, das ist wirklich nur eine Besonderheit für Bitcoin, bei anderen Altcoins ist das anders. Deshalb lassen Sie uns jetzt mal das Ganze anschauen, wie das bei Ether aussieht. Also gehen wir oben rechts ETH ein für Ether und suchen wieder das Trading-Paar mit BUSD, mit dem Stablecoin, klicken da entsprechend drauf und dann können wir jetzt hier theoretisch wieder auf der linken Seite diesen Button auf die rechte Seite gehen auf 100% und könnten damit unsere Ether kaufen. Nur dann wären wir wieder der Taker, weil unsere Order sofort durchgeführt wird. Also lasst uns mal hier auf dieses V-Level draufschauen. Da sehen wir, dass wir eine Taker-Gebühr haben, nur von 0,07% sofern du deine Gebühr mit BNB zahlst, wenn nicht, hast du sogar eine Taker-Gebühr von 0,1% und eine Maker-Gebühr wieder von 0%. Und wir wollen ja wieder, dass wir der Maker sind. Also könnten wir jetzt auch hier beispielsweise derzeit der Durchschnittspreis ungefähr 1.748. Da könntest du jetzt beispielsweise sagen, hey, ich möchte Ether nicht für 1.748 kaufen, sondern beispielsweise für 1.745. Sagen wir mal 45, etwas günstiger. Du könntest dann hier sagen, wie viel du nachkaufen möchtest. Sagen wir mal beispielsweise 50%. Und tun dann hier diese Kauforder entsprechend setzen. Du siehst auch deine Kauforder hier unten. Du siehst ja auch dann irgendwann, wenn sie hier in der Liste auftreten, momentan sind auch die anderen Kaufsorder zuvor. Aber du siehst hier, du hast eine Kaufsorder gesetzt und wenn die irgendwann mal ausgeführt wird durch irgendeinen Taker, dann bist du derjenige, der 0% Gebühren zahlt, weil du in dem Moment der Maker warst. Und genau die gleiche Vorgehensweise wie jetzt beispielsweise bei Ether. Genau gleich ist es auch bei sämtlichen anderen Altcoins, die aus Binance gelistet sind, mit einem Trading-Power mit BST. Das heißt, lasst uns da mal noch ein zusätzliches Beispiel durchgehen. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Link-Token von Chainlink, suchen wieder das Trading-Power mit BST, klicken da entsprechend drauf, gehen hier auf diese Fees, dann sehen wir die Fees, Taker 0,075%, sofern du deine Fees mit B&B zahlst und Maker 0%. Wir wollen also wieder hier der Maker sein. Gehen genau gleich vor. Wir sehen hier die ganzen Kaufsorder. Wir wollen irgendwo hier unten in der Liste angezeigt werden. Das heißt, wir wählen nicht den aktuellen Preis, sondern das Ganze etwas günstiger. Also sagen 7,090 beispielsweise. Sagen dafür, wollen wir ein bisschen Link kaufen. Bei Link, dann wird deine Order hier entsprechend angezeigt. Ich würde jetzt mal wieder löschen, weil ich keine Link-Token kaufen möchte. Und ja, so wartest du einfach da drauf, bis irgendwann mal ein Taker deine Order entsprechend füllt. Es gibt noch eine Besonderheit, gerade für die ganzen Leute, die beispielsweise Worts benutzen wie ich, wenn man dafür nicht normale Bitcoins verwenden kann, sondern nur gerappte Bitcoins. Was im Wesentlichen bedeutet, du möchtest hier auf Binance nicht direkt Bitcoin kaufen, weil wenn du das direkt machen würdest und einfach Bitcoin eintauscht zu gerappten Bitcoins, Moment, gehen wir mal oben gerappte Bitcoins ein und dann das Paar mit Bitcoin. Das siehst du beispielsweise hier bei diesen Fees, haben wir Fees sowohl als Taker als auch als Maker und das wollen wir nicht. Wir wollen ja Gebühren einsparen. Deshalb, wenn du gerappte Bitcoins kaufen möchtest, direkt mit dem Paar mit BOSD. Das heißt, dann kannst du auch direkt über BOSD gerappte Bitcoins kaufen, wenn wir uns hier die Fees anschauen, als Maker wiederum 0%. Und somit kannst du, wenn du einfach das nötige Hintergrundwissen hast, ganz gezielt dafür sorgen, dass du wirklich bei Binance 0 Gebühren zahlst in dem Moment, wo du Bitcoin kaufst, Ether kaufst, irgendwelche Altcoin kaufst. Die einzigen Gebühren, die du hast, ist tatsächlich die, dass, ja, wenn du eben das ganze Depositors, das heißt 1 zahlst, wenn du deine VIA-Währung auf Binance bringst, dann zahlst du einmalig zwischen 0,5 Euro und 1 Euro. Okay, die Gebühren, die müssen einfach sein, da kommst du nicht dran vorbei. Und natürlich hast du dann auch eine Withdraw-Gebühr, weil wir wollen ja nicht auf einer zentralen Exchange unsere Kryptowährung lagern. Eine zentrale Exchange ist nur zum Kaufen und Verkaufen da, allerdings nicht zum Lagern. Oder wie Andreas Antonopoulos sagen würde, eine zentrale Exchange ist wie eine öffentliche Toilette. Ja, ab und zu muss man da hingehen, aber wenn man dann sein Geschäft gemacht hat, dann geht man auch sofort wieder raus und macht da nicht noch irgendwie Urlaub oder so. Und genau so ist es auch mit der zentralen Exchange. Das heißt, zum Kaufen und Verkaufen definitiv aus meiner Sicht die beste Option. Und sobald du dann das Ganze gemacht hast, dann wieder auf Withdraw draufklicken, das Ganze auszahlen, auf deine eigene Wallet, bestenfalls sogar deine eigene Hardware-Wallet. Ich habe dir auch unten in Überschreibung meinen persönlichen Referral-Link für Binance verlinkt. Damit kannst du, solltest du mal irgendwann tatsächlich der Taker sein und Gebühren sein, kannst du damit nochmal zusätzlich bis zu 20% der Gebühren einsparen. Kann man natürlich mitnehmen und gleichzeitig unterstützt du damit auch meinen Kanal. Das ist schon mal ein Danke dafür. Und ansonsten, falls du irgendwelche Fragen hast, einfach oben in die Kommentare. Falls das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020